Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Helle Taschenlampen at Night. Ich stelle heute die neue Xecon M6 mit maximal 800 Lumen vor. Die M6 bietet drei normale Leuchtstufen, sowie Stroke und SOS. Hier in der Einstellung Low, Medium und High. 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 Hier in der Einstellung Low, Medium und SOS. Hier in der Einstellung Low, Medium und SOS. Hier in der Einstellung Low, Medium und High. Vielen Dank.